EMP Backstage Club auf dem Summary 2023, 8000 Grad im Schatten und hier bei mir Beyond the Black, meine Damen und Herren. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Sehr gut, sehr gut. Wir sind erst angekommen, aber wir freuen uns sehr auf alles, was heute kommt. Oh, ich hab noch so, das ist noch so eine frische Stimme. Ich find das immer lustig an Tag 3 auf einem Festival. Ja. Wenn alle eigentlich eher schon so Richtung Horst Schlemmer langsam abdriften und kommen so frische Stimmen dazwischen. Das ist schön. Du warst umtriebig, ne? Du warst ja auch gerade erst in Wacken, hast da moderiert und interviewt. Wie kam es denn dazu? Für Magenta machst du das, ne? Ja, ich hab das tatsächlich letztes Jahr schon mal gemacht. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich da dran gekommen bin. Irgendwann kam die Anfrage und ich so, ich hab das ja noch nie vorher gemacht. Aber tatsächlich bin ich jemand, der sehr gerne Herausforderungen annimmt und hab dann gesagt, na gut, mach ich. Und dieses Jahr dann nochmal. Hast du da Impulse, sowas mehr zu machen? Vielleicht zumindest eins, zwei oder drei? Wetten, das sucht Leute, hab ich gehört. Also ich will mich schon aufs Singen konzentrieren auf jeden Fall. Es ist im Laufe der Zeit zu so einer Standardfrage jetzt geworden, aber ich finde die immer noch, ja, zu Recht. Wie war das bei euch, bei der ganzen pandemiebedingten Zwangspause? Was hat sich da, war das eher so eine, kreativ, hat das euch gepusht? Oder war das so, dass ihr ein bisschen runtergefahren habt seid? Naja, man hat sich ja erstmal natürlich einstellen drauf müssen. Und ich glaube, wir haben das relativ, ja, nice gemacht mit Origins zum Beispiel. Unserem, ja, überlegt was. Akustik-Streaming-Show war das, wo wir 13 Songs nochmal komplett umarrangiert haben und so. Also wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr daran gearbeitet. Ja, waren da wirklich fast täglich im Proberaum und haben auf Instrumenten geübt, die wir zum Teil noch nie in der Hand hatten oder auch nur selten, um das irgendwie cool zu machen. Wir haben aber auch so versucht, irgendwie halt alles irgendwie möglich zu machen, um irgendwie trotzdem an den Fans dran zu sein, um irgendwie spielen zu können und halt, ja, einfach die Zeit durchzustehen, um dann mit Vollgas wieder loszulegen. Ich hatte so das Gefühl, dass für viele so, hat das ja ein ziemlichen Push gegeben in der Zeit. Die haben wirklich alles Beste daraus gemacht und das ist eigentlich ganz schön. Ist das Album deshalb auch self-titled? Weil das ist ja eigentlich immer so eine Standortbestimmung, wenn eine Band das Album nach sich selbst benennt. Ja, tatsächlich war das mit ein Grund, dass wir diese Zeit, die wir gefühlt zusätzlich hatten, ganz, ganz viel genutzt haben, um unsere Fans besser kennenzulernen und dadurch auch uns besser kennenzulernen und das, was uns ausmacht. Und im Endeffekt war das wie so eine Art Band-Selbstfindung im Prinzip. Und genau das haben wir bei dem ganzen Album auch echt gemerkt und bei dem ganzen Prozess, bei der Produktion und allem hin und her. Und es hat sich noch nie so sehr wie das angefühlt, was wir in dem Moment waren. Und bis heute würde ich sagen, ich würde nichts anders machen. Und das war bisher bei anderen Alben anders. Willst du da in Details gehen? Nein, nein. Nee, es ist einfach nur so, wenn du dir es jetzt anhörst und sagst, okay, eigentlich ist alles genauso, wie ich es jetzt immer noch machen würde. Das ist schon was Besonderes. Das ist ein sehr strebenswerter Zustand. Das ist schön. Das ist cool. Dann war da jetzt noch der Song Reincarnation, der diesen ganzen Eindruck noch ein bisschen verstärkt hat. War da mal eben ein Gespräch, den vielleicht zum Titeltrack zu machen? No, my sorry. Reincarnation gab es ja noch, ne? Was ist mit Reincarnation? War da mal ein Gespräch, den zum Titeltrack zu machen, weil der hatte ja auch so ein bisschen dieses ganze Gefühl noch so ein bisschen verstärkt, finde ich. Mal kurz tatsächlich haben wir drüber nachgedacht. Also wir haben mal ganz kurz drüber nachgedacht, ob das, also es war für uns klar, dass es der Aufschlag-Song zum neuen Album sein sollte. Mit der Message oder halt beziehungsweise auch, ja, der hat uns halt auch gleich sehr gut gefallen im Durchhören. Den wollten wir da haben, wo er war. Und dann ging das natürlich durch unseren Kopf, aber prinzipiell waren wir dann mit Beyond the Black Self Titled einfach weitaus mehr am Punkt. Ja, Reincarnation war auf jeden Fall so ein Song, der wieder so eine super Kombi war aus allem, wo man sagen konnte, okay, wenn man den Song hört, dann weiß man, worauf man sich einlässt, wenn man dann das Album hört. Genau. Cool. Jetzt gibt es noch den neuen Single. Ja, Call My Name. Mit einem inhaltlich mindestens, würde ich sagen, ambitionierten Video und so. Du hast gesagt, das ist inspiriert von Stephen King. Ja, ja, der dunkle Turm. Der dunkle Turm. Kennt vielleicht jemand hier, oder? Sehr gute Bücher, es gibt einen sehr schlechten Film, tatsächlich. Das ist leider völlig versammelt. Aber die Story, die ist trotzdem so gut gewesen, dass wir das mit unseren Symbolen, die wir mit dem Album schon aufgebaut haben, quasi kombiniert haben und dann im Prinzip unsere eigene Story draus gemacht haben. Aber es war inspiriert davon, genau. Höre ich da ein Konzeptalbum auf uns zurollen? Noch nicht. Wir haben erstmal noch unsere eigene Tour nächstes Jahr. Das wird auf jeden Fall mit mehr Songs von unserem jetzigen Album quasi sein. Aber natürlich werden wir bald anfangen und nochmal Gas geben mit Songwriting. Nice. Auch eine Frage, die sicherlich oft gestellt wird, aber die finde ich jetzt nicht zuletzt durch das All-Female-Festival von Carolin Kebekus im vergangenen Jahr. Wurde die nochmal so ein bisschen befeuert. Gibt es zu wenig Mädels im Metal und was glaubst du, warum das so ist, dass Female-Fronted immer noch als so eine Art exotisches Etikett benutzt wird? Das ist ja fast schon ein Genre. Naja, also dass es zu wenig Frauen im Metal gibt, ist ja klar. Oder? Also 50-50 dürfte es schon sein. Ja, dann kauft euch doch mal einen Bass. Guckt mal an. Nee, aber es wird ja versucht, das immer weiter reinzubringen, immer zu verbessern und viele Konzepte gibt es da auch und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, das wird mehr und mehr auf jeden Fall, hoffe ich zumindest. Du bist ja auch jetzt nicht straight zum Metal gekommen, du hattest ja auch so deine Umwege, könnte man fast sagen. Wie hat sich denn dieser Weg generell gestaltet? Durchs Ausprobieren. Ich habe ja eben schon erzählt, ich liebe Herausforderungen und ich stütze mich gern irgendwo rein und ich habe halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, als ich klein war und als es dann darum ging, also nach meiner zweiten Band, also Sophia war das damals, eine Girls-Band, und da gab es so vier Jahre, wo ich einfach ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert habe. Ich habe tatsächlich mit Rock gestartet, bin über Singer-Songwriter-Kram gegangen, also ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und dann habe ich am Schluss nochmal gedacht, okay, es ist irgendwie noch nicht das, was alles repräsentiert, was ich fühle. So, und dann bin ich nochmal zum Anfang gegangen, habe es nochmal ein bisschen überzeichnet, bin dann quasi beim Symphonic Metal gelandet und habe gedacht, okay, that's it. Hier bleibe ich. Und damit starten wir was. Das heißt, wir müssen nicht davon ausgehen, dass du vielleicht demnächst noch irgendwie rappst oder? Habe ich ja bei Golden Pariahs gemacht, ne? Oh ja. Bei einem Song habe ich es ausprobiert. Ach, ich liebe sowas. Einfach mal zu checken, wie geht das und ja. Und manchmal funktioniert es jetzt live zum Beispiel bei dem Song, habe ich gemerkt, hm, weiß ich nicht so ganz genau. Aber trotzdem ist es so, ich liebe das auszuprobieren und zu gucken, wo sind die Grenzen. Ich habe mal gelesen, dass Saphir nie offiziell aufgelöst wurde. Ist das so? Also meines Erachtens in meinem Kopf war das so. Oder sehen wir da vielleicht noch eine Reunion-Tour? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es ist oft darüber gesprochen worden, aber man kann es ja auch immer ansprechen, dass du ja eigentlich, wenn man mal sich die Bandgeschichte anguckt, das einzige Gründungsmitglied bist, ursprüngliche. Fühlt sich das heute noch so für dich an? Naja, wie viele Jahre sind wir jetzt zusammen unterwegs? Sieben. Sieben. Sieben Jahre, also deutlich mehr als, ich glaube neun Jahre gibt es uns jetzt insgesamt. Wir sind jetzt auch Hauptanteilseigner am Beyond Black Jahresstrang. Hältst du 25,1 Prozent, muss man immer halten. Ach, das fühlt sich eigentlich schon gar nicht so an, dass man sagt, okay, es hat sich ja alles total verwachsen mittlerweile und es ist einfach nie so gewesen, als gäbe es jetzt einen anderen Teil von BTB. Also alles, was hier ist, ist 100 Prozent BTB. Cool. Und das ist also auch komplett Band. Es gibt keine Hierarchien oder wenn, dann gibt es flache Hierarchien. Oder ist die Jenny manchmal Bossi, ihr könnt das jetzt ruhig sagen. Könnt ihr ruhig sagen. Wenn ihr nicht dürft, gib mir ein Handzeichen. Nein. Nenn das Code-Wort. Nein. Ne, ist alles super. Also ich glaube, das hat sich sehr schön alles eingespielt und ja, 100 Prozent BTB. That's it. Also neue Tour ist am Start. Neues Album dann hoffentlich auch. Das dürfte ja noch eine, ja, wunderschöne Zukunft sein, auf die ihr dazusteuert. Wir hoffen es sehr. Möge es gelingen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Besonder Black, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank.